Ja, denn ein sehr schneller Mann, der jetzt Kollege ist, bei den Kollegen von Eurosport, ist mein nächster Gesprächspartner, Maurice Green, fünffacher Weltmeister, Doppel-Olympiasieger. Ja, schaut sich diesen Wettkampf auch ganz genau an. Maurice, how do you like the atmosphere here? Maurice Green, wie gefällt es Ihnen hier? The atmosphere here is great, it's fantastic. The atmosphere is great. I would have been able to compete in an atmosphere like this. Also, ich würde auch gerne in so einem Umfeld mal wieder starten. In Decathlon, it's very close in the overall results at the moment. Es ist sehr, sehr eng beieinander im Zettkampf. Number one? Haben Sie einen Einser-Favoriten? I don't know. Ich bin mir nicht ganz sicher. In Decathlon, it's so competitive. And each athlete is good at some things. Es geht immer eng zu, der eine ist da gut, der andere dort und sie sind ganz eng beieinander. It's going to be a great competition, so we just have to see what happens. Er traut sich auch noch, keine Prognose zu stellen. Was ist mit Damien Warner? Waren Sie überrascht, dass er nach dem Kultstoß nicht aufgehört hat? Nicht wirklich, man muss sich natürlich für die Weltmeisterschaft in Schuss bringen. Das ist allem unterzuordnen und darum hat er es versucht. Er kämpft wie verrückt. Ja. Super Kämpfer? Alle 10 Kämpfer sind irgendwie verrückt. Jessica Ennis Hill, ja, ich glaube, die ist deutlich besser wahrscheinlich als viele erwartet nach ihrer Babypause. Das ist wirklich großartig, was sie hier schon leistet. Ein bisschen wird es noch brauchen, bis sie wieder zurückkommen. Brian Tyson Eaton ist zu stark gekommen, hier noch geschlagen zu werden. Ja, es ist auch eng, auch da muss man warten. Ich denke, dass sie alle für die Fans auf eine große Kompettition setzen, und das ist alles. Was ist deine 800-Meter-Beatser, die persönliche Bestie? Ha ha ha, 800-Meter-Beatser von Maurice Green hat er nie geschafft. Danke vielmals. Ja, es ist soweit, also, Maurice Green, wieder zu euch. Cannonball, Maurice Green.